Von der Bohne bis zur Tafel fair. Schokofans unter sich. Isa, Niklas und Nina treffen Silja Sasic bei der GEPA. Am Tag der offenen Tür zum 40-jährigen Jubiläum der Fairtrade Company. Unsere Leistung der Torwart war ein wenig ausbaufähig für jeden eine. Flörderstel für dich. Garamarteller für dich. Ich glaube, die kennst du schon ganz gut. Espresso-Karamell. Das ist natürlich fairer Handel, was ich auch ganz wichtig finde. Wenn ihr überlegen würdet, ihr hättet jetzt irgendwo einen Job und wollt dementsprechend auch bezahlt werden, dann würdet ihr euch auch nicht mit weniger zufrieden geben, als das, was ihr verdient hättet. Und außerdem schmeckt die Schokolade dann, glaube ich, viel, viel besser. Wenn man weiß, dass die Leute, die dafür gearbeitet haben, auch dementsprechend entlohnt wird. Jetzt wollen sie es ganz genau wissen. Ich schmecke richtig wohl. Die auch. Die sind mega lecker. Wo kommt der Kakao dafür eigentlich her? Und wie wird aus Kakao dann eigentlich Schokolade? Wir müssen auf den Plantagen auch Kinder arbeiten. Können die Kakaobauern eigentlich gut von ihrer Arbeit leben? Über einen QR-Code auf der Packung kommen sie zu einem Video. Ich finde es toll, dass die Gepa Genossenschaften in Kamerun und Sao Tomeo unterstützt. Denn wenn sie faire Preise für ihre Arbeit kriegen, dann sind einfach beide Seiten zufrieden und dann schmeckt es auch einfach doppelt so gut. Also, auf nach Afrika! Zunächst besuchen wir zusammen mit Gepa-Kakao-Experte Stefan Beck die Genossenschaft SESAC-11 im Inselstadt Sao Tomeo und Principe, einem der ärmsten Länder Afrikas. Die Gepa arbeitet mit SESAC-11 seit 2010 zusammen und hat die Genossenschaft vor ein paar Jahren bei der Bio-Zertifizierung unterstützt. Die 900 Mitglieder liefern jetzt fairen Bio-Kakao. Ein echter Fortschritt. Jetzt bin ich so zufrieden. Es wurde alles besser, als SESAC-11 hier begann. Am Ende eines Jahres bekommen wir Geld. Ich bin sehr zufrieden. Für die Haushaltskasse ist das auch gut. Sie hofft, dass sie bald in ein Steinhaus umziehen kann. Ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Mit drei Kindern. Noch ein Pluspunkt. Durch den Kakao haben wir einen Fernseher und ein Radio. Gleich hinter den Hütten wachsen die Kakaobäume. Ich gebe mein Bestes, um mehr Kakao zu produzieren. Für mich ist Bio-Produktion eine Produktion mit viel mehr Qualität. Bio-Anbau von Kakao ist einfach. Die Parzelle bearbeiten und säubern, den Wildwuchs in den Bäumen entfernen, jäten und die Schattenpflanzen kontrollieren. So bekommt man echten Bio-Kakao. Bio-Anbau ist für viele junge Leute hier eine Chance. Früher war der Kakao-Anbau verstaatlicht. Deshalb waren viele Ältere damals nur Feldarbeiter und keine selbstständigen Kleinbauern wie Nelson heute. Erst die Landreform vor gut 20 Jahren machte die ehemaligen Feldarbeiter zu Kleinbauern mit eigenem Land. Die Mitglieder von Cisagonse bekommen ihr Geld hier auf Sao Tome für frisch geerntete Kakaobohnen, nicht wie sonst üblich für fermentierte und getrocknete Bohnen. Das sorgfältige Sortieren trägt zur besonderen Qualität bei. Also wenn der faire Handel kommt, wandelt sich natürlich nicht gleich die Welt von schwarz in rosa. Den Leuten wird es immer noch schlecht. Die Lebensumstände sind noch sehr schwierig. Aber es gibt Perspektiven, dass es besser geht. Der Kakaopreis hat sich wesentlich verbessert. Die Leute produzieren mehr. Es wird auf Bio umgestellt. Dass das Einkommen der einzelnen Kakaobauern sich in den nächsten Jahren wesentlich erhöhen wird. In den Gemeinden gibt es Grundschulen, die für alle Kinder in den ersten vier Jahren kostenlos und verpflichtend sind. Der Inselstaat ist laut eigener Aussage frei von Kinderarbeit. Es gibt allerdings noch zu wenige weiterführende Schulen, sodass es sein kann, dass ältere Kinder nach der Grundschule in den familieneigenen Pflanzungen mithelfen. César Gorse plant aus dem Mehrpreis des fairen Handels, eine Sekundarschule mit Übernachtungsmöglichkeit zu bauen. In vielen Orten hat sich seit der Kolonialzeit äußerlich noch nicht viel geändert. Die Infrastruktur wird erst allmählich besser. Aber für die Kleinbauern ist vieles anders geworden. Sie sind vor allem nicht mehr von ausbeuterischen Zwischenhändlern abhängig. Jetzt können sie sich darauf verlassen, dass ihnen ihre Genossenschaft den Kakao zu einem festen Preis abnimmt. Und die Genossenschaft wiederum kann sich auf die fairen Preise der GEPA verlassen. In den Mitgliedsgemeinden werden die frischen Kakaobohnen zentral weiterverarbeitet. Sie kommen in Holzkisten zum Fermentieren. Dabei entsteht Wärme und Aromastoffe bilden sich. Die Bohnen sind schon braun, riechen aber noch nicht nach Kakao. Das ist toller Kakao. Ganz gleichmäßige Bohnen, tolle Fermentation. So was habe ich selten gesehen. Dann trocknen sie auf riesigen überdachten Holztischen. Regelmäßiges Harken ist wichtig. Schlechte Bohnen werden aussortiert. Die GEPA kauft unseren Kakao und das hilft unserer Kooperative sehr. Die GEPA ist auch bereit, Bestellungen vorzufinanzieren. Wenn jemand unsere Genossenschaft so unterstützt, ist das einfach sehr gut für uns. Weiter geht es zum GEPA-Handelspartner Conavco Op in Konje im Landesinneren von Kamerun. Das ist in der Regenzeit, zugleich Haupterntezeit, gar nicht so einfach. Nur wenige Trucks mit Rohkakao kommen überhaupt voran. Für die 40 Kilometer hierher brauchte Stefan Beck fünf Stunden. Die Vorstandsmitglieder der Kakaogenossenschaft warten schon auf ihn. Im Lager stapelt sich der Rohkakao, weil der Transport zum Hafen derzeit unmöglich ist. Da der Kakaopreis inzwischen gestiegen ist, erneuert die GEPA den Liefervertrag und zahlt mehr. Der Anbau von Kakao ist für die rund 350 Mitglieder von Conavco Op die Haupteinnahmequelle. Sie bringen die bereits fermentierten und vorgetrockneten Bohnen zur Conavco Op Zentrale. Auch hier werden sie noch einmal zum Trocknen in der Sonne auf Planen verteilt. Die Qualität der Bohnen erkennt man an der Farbe und der Struktur im Inneren. Dafür werden sie durchgeschnitten und auf einem Bord verteilt. Auch die Feuchtigkeit muss sorgfältig kontrolliert werden. Meist sind die Kakaobohnen nach dem Trocknen in der Sonne immer noch zu feucht für den Transport. Zum Nachtrocknen der Kakaobohnen hat Conavco Op neben dem Lager eine neue maschinelle Trocknungsanlage gebaut. Statt mit Holzfeuer, das schädliche Rauchgase produziert, wird der Riesentisch mit einem Kerosinbrenner erhitzt. So können die Bohnen rauchfrei trocknen. Wir freuen uns über den Besuch unseres Partners GEPA und möchten hiermit an die Erfolgsstory erinnern. Die Kakaotrocknungsanlage hat uns die GEPA zur Verfügung gestellt. Dank der GEPA und ihrer Zusatzprämie war der Bau möglich. Die Trocknungsanlage hat eine Kapazität von 8 Tonnen. Die Kakaobauern können damit den Feuchtegrad des Rohkakaos, den sie in der Sonne trocknen, reduzieren. Und zwar von rund 10 bis 12 Prozent auf 7 Prozent. Und so wird dieser Rohkakao dann von unserem Lager zum Verschiffungslager nach Europa transportiert. Wenn Eltern durch fairen Handel mehr verdienen, haben auch Kinder bessere Chancen auf Bildung, ohne arbeiten zu müssen. Und die Familien können besser leben. Ich bin jetzt zu alt, um noch einmal zur Schule zu gehen und zu studieren. Bildung ist zwar grenzenlos, aber im Moment habe ich den Ehrgeiz, meine Kinder gut groß zu ziehen und ihnen Bildung zu ermöglichen. Ich möchte meinen Kindern eine Ausbildung geben, meine Felder pflegen und verbessern und eine gute Zukunft und ein gutes Zuhause für meine Familie schaffen. Was wäre Schokolade ohne Zucker? Den bezieht die GEPA zum Beispiel von den Philippinen. Früher haben wir auf das Geld für unsere Arbeit warten müssen. Aber jetzt zahlt die ATC, also die Alter Trade Corporation, uns Zuckerrohrbauern neben dem Lohn auch Versicherung. Und es gibt Vergünstigungen für alle Mitglieder. Zum Beispiel haben wir diese Nothilfefonds. Wir haben unsere Gemeinschaftsfonds und wir bekommen Bargeld im Voraus, wenn wir es sofort brauchen. Die fast 600 Kleinbauern von ATC pflanzen und ernten Bio-Zuckerrohr. In der eigenen Zuckermühle wird daraus Bio-Mascobado-Vollrohrzucker. Der Saft wird erhitzt, sodass Wasser verdampft. Übrig bleibt die braune Zuckermasse, die anschließend durch Rühren weiter trocknet. Von Asien auf die Alm. Ist Milch für eine GEPA-Schokoladensorte nötig, dann ist es auf jeden Fall faire Bio-Alpenmilch von der Genossenschaft Milchwerke Berchtesgadener Land. Sie zahlt ihren Mitgliedern einen überdurchschnittlichen und verbindlichen Milchpreis. Zurück bei der GEPA in Wuppertal, dem Schoko-Kreativzentrum. Wir haben Kakao, wir haben Zucker, wir haben Milch. Aber wie wird daraus eine richtig tolle Schokolade? Alles das wird dann zusammen verrührt. Blatt ausgedrückt, wie zu Hause, wenn ich einen Kuchenteig anrühre. Und das wird lange gerührt, damit es eine schöne Konsistenz gibt, eine schöne Masse gibt. Das wird dann in der Anlage abgeformt, in die Tafeln, wird gekühlt und dann habe ich meine Schokolade. Unsere Ideen für neue Rezepturen, die kommen von überall her. Wir selbst sind in den Märkten unterwegs. Es kommen unsere Kollegen und Kolleginnen, es kommen unsere Kunden und äußern Wünsche. Also das ist ganz vielfältig. Und dann ist die erste Mustertafel des neuen Sortiments da. Stimmt die Konsistenz? Schmeckt die neue überhaupt? Viele Probeläufe sind nötig, bis es rundum passt. Eines der Highlights unseres neuen Schokoladensortiments ist für mich die Gaffee Massage. Einfach eine total klasse Schokolade mit einer abgeflogenen Gewürzmischung und das zusammen ist köstlich. Und das ist auch ein Highlight unseres neuen Sortiments, eine vegane Schokolade. Das war ein expliziter Kundenwunsch und es war gar nicht so einfach, hier eine gute Rezeptur hinzubekommen. Vor allen Dingen auch mit einem schönen Schmelz. Und ich bin ganz stolz, dass uns das gelungen ist. Ob vegan oder nicht, rundum fair sind sie alle. Die Schokoladenmasse wird noch aus selbst gerösteten Bohnen hergestellt. Unsere fairen Rohwaren lassen wir getrennt von anderen verarbeiten und können sie bis zur Bohne zurückverfolgen. Und was die Gepa fair eingekauft hat, findet sich direkt in den Schokokreationen wieder. Transparente Lieferkette ohne Mengenausgleich, Qualitätskontrolle von Anfang an und sorgfältigste Veredelung. Was drauf steht, ist drin. Und wo gibt es nun die rundum fairen Schokoladenspezialitäten? Isa, Niklas und Nina werden natürlich im Internet fündig. Der Gepa Online-Shop hat sie. Und im echten Regal sind sie in Weltläden, vielen Biomärkten und Supermarktfilialen zu finden. Ich möchte grüß dich holen. Sie auch. Echte Volltreffer, die Gepa Schokoladen. Echte Volltreffer, die Gepa Online-Shop-Kontrolle von Anfang an und sorgfältigste Veredelung.